Was ihr hier jetzt sehen werdet, ist heftig und nichts für schwache Nerven. Also ihr seht, hier wird jetzt gerade Flüssigkeit in das Ohr dieses Patienten geträufelt und jetzt wird abgewartet. Also er hält sein Ohr quasi nach oben, sodass die Flüssigkeit nicht rauslaufen kann. Und jetzt wird kurz abgewartet und da seht ihr schon, da bewegt sich irgendwas. Und da kommt jetzt tatsächlich ein Insekt und zwar ein 100 Füß herausgekrabbelt. Heftig.